Hey Kleine! Wow! Luys Fotokabine! Wer ist das auf dem Bild? Erstelle einen neuen Look! Weiße Pfoten! Entferne den Lippenstift! Befestige spitze Ohren! Danke, du bist aber nett! Louis hat ihre Eltern kennengelernt! Komm her, Schätzchen! Unsere geliebte Tochter! Komm, wir gehen in den Park! Dad bringt Louis das Fahrradfahren bei! Komm schon, Schätzchen! Oh, das ist mein Mädchen! Leike, wenn du Fahrrad fahren kannst! Es macht so viel Spaß, Zeit miteinander zu verbringen! Du bist schmutzig! Lasst uns verstecken spielen! Was für ein Zappel, Philipp! Ich verstecke mich hier! Wo bist du? Ich hab dich! Wir müssen nach Hause! Baby Bluey ist glücklich mit ihren Eltern! Nimm etwas farbige Pappe! Schneide sie aus! Füge einen Deckel hinzu! Hey, du hast deine Feder verloren! Die können wir gebrauchen! Das ist eine Windel! Und ein Ultraschallbild! Klebe noch eine Schleife an! Chili und Bennett warten auf das Baby! Hallo! Hallo! Danke, dass ihr da seid! Oh, das ist ja verrückt! Was für ein Bauch! Hi, Baby! Die Babyparty hat begonnen! Wow! So viele Geschenke! Baby Bluey liebt Partys! Oh, was ist das denn? Ist das alles für mich? Ich muss sie alle öffnen! Warum sind das alles Windeln? Ich bin doch kein Baby! Hier ist ein Geschenk für dich, Schätzchen! Was ist es? Du bekommst eine kleine Schwester! Ich glaub's nicht! Ein LOL-Ball? Nimm die Puppe heraus! Male die Augen! Schneide die Details aus! Probiere eine Windel an! Male sie gelb an! Baby Bingo ist geboren! Wo ist mein Mädchen? Hier, Mom! Sie warten auf uns! Wir sind gekommen, um Chili zu sehen! Und meine Schwester! Doktor, wie geht es ihr? Mal sehen! Ein Moment! Ich will auch mitkommen! Warte, Schätzchen! Hier kommen deine Frau und dein Baby! Was für ein kleines Mädchen! Unser zweites kleines Mädchen! Darf ich sie halten? Vorsichtig! So süß! Schatz, das ist für dich! Danke! Lui liebt es sich, um ihre kleine Schwester zu kümmern! Schlaf ein! Schlaf ein! Es ist toll, nicht allein zu sein! Wir können Puls spielen! Oder wir schauen uns zusammen Cartoons an! Und natürlich spielen wir mit Puppen! Nicht vor dem Schlafen gehen! Lui kümmert sich um Bingo wie eine Mom! Oh, sind die nicht süß! Träum süß, Baby! Eine große Schwester zu sein ist nicht einfach! Aber es fühlt sich toll an! Hey Lalehlu! Es ist Zeit für mich erwachsen zu werden! Ich brauche eine neue Frisur! Diese nicht! Kann ich blaue Haare haben? Male die Augen an! Nice! Zeichne das Muster nach! Nähe McGarn! Setze die Teile zusammen! Und noch ein Detail! Gefallen dir die Sandalen? Füge Ohren und eine Scherpe hinzu! Der Teenager-Look ist perfekt! Ich will mich in meinem Zimmer ausruhen! Was soll ich tun? Ich werde Musik hören! Wer klopft denn da? Stopp! Geh nicht rein! Ich will spielen! Louis' Tagebuch! Das ist nicht interessant! Louis! Sie kann mich nicht hören! Was ist da drin? Was für ein Wildfang! Die Kleine richtet ein riesiges Chaos an! Was ist hier los? Warum liegen meine Sachen hier rum? Bingo! Was hast du gemacht? Ich mache, was ich will! Lass mich in Ruhe! Ich muss aufräumen! Ich lass es hier liegen! Ich bin deine Sängerin! Hör auf damit! Komm schnell runter! Komm her! Du kriegst mich nicht! Warum ich? Das ist besser! Lass uns spielen! Lass uns spielen! Das ist nicht zum Aushalten! Bingo! Geh weg! Du wirst mich raus! Na gut! Nimm eine Dose Cola! Zeichne eine Skizze! Mache Löcher! Und mache Griffe! Setze einen Nagel ein! Die Schere ist fertig! Bingo! Sei vorsichtig damit! Alles klar! Louis! Hilf mir ein Outfit für die Puppe zu machen! Sorry! Ich kann nicht! Ich hab ein Date! Ich lege das Kleid hier hin! Louis macht sich schick! Bop-bop-bop-bop-bop-bop! Oh, schönes Kleid! Was für ein schöner Stoff! Du solltest die Kleine nicht unbeaufsichtigt lassen! Ich benutze die Schere! Oh, Bingo! Das hättest du nicht tun sollen! Wie hübsch du bist, Miss Candy! Oh, ich bin spät dran! Oh, nein! Mein Kleid ist ruiniert! Wer war das? Bingo! Warst du das? Komm her! Mom! Manchmal ist es gar nicht so einfach, eine große Schwester zu sein! Schnapp dir die Kiste! Schneide den Boden ab! Wickel Klebeband darum! Nimm ein Wattestäbchen! Schneide es zurecht! Und befestige es am Rand! Die Tür funktioniert! Zeichne Kreise! Sichere das Schloss! Ein Passwort-Code! Fülle den Safe mit Wertsachen! Er ist unzerstörbar! Na, 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 na! Da bist du ja! Die nehme ich! Gib sie zurück! Ich schmeiß sie in den Müll! Miss Candy! Du kannst was erleben! Ich schmeiße alles auf den Boden! Es ist deine Schuld! Sie hat mein Kleid ruiniert! Und sie hat die Puppe weggeschmissen! Ihr habt beide Hausarrest! Gebt mir eure Smartphones! Ich lege sie in den Safe! Schaut nicht hinein! Wir müssen die Smartphones zurückbekommen! Ich hab eine Idee! Lass uns dieses Passwort ausprobieren! Hat das funktioniert? Ja! Tut mir leid, Sis! Mir auch! Es ist besser, Freunde zu sein, als zu streiten! Die Zeit vergeht wie im Flug! Male die Augen! Mache die Lippen pink! Blaues Haar! Füge Strändchen hinzu! Wähle einen Stoff aus! Füge die Teile zusammen! Der schicke Einteiler ist fertig! Befestige noch Taschen an den Seiten! Schreibe den Namen! Louis ist jetzt erwachsen! Bingo! Wo bist du? Ich komme! Louis ist jetzt deine Schülerin! Oh, das ist Greg! Nicht sie weg von hier! Was ist denn mit dir los? Hi, schöne Ladies! Greg ist der Mittelpunkt jeder Party! Er ist so süß! Warum versteckst du dich? Schau nicht darüber! Er wird uns entdecken! Bist du verliebt? Er ist der Beste! Geh und sprich ihn an! Ich hab Angst! Ich hab eine Idee! Hallo, Mr. Cat! Braves Kätzchen! Sieht so aus, als hätte das Kätzchen Angst! Sie braucht Hilfe! Oh nein, komm runter! Louis, da ist ein Kätzchen auf dem Baum! Wir müssen sie retten! Ist jemand in Schwierigkeiten? Kitty kann nicht runter! Ich kümmere mich darum! Alles in Ordnung! Hier bitte! Du bist so schön! Ich glaube, das Kätzchen gehört dir, Fiss! Da sind aber Gefühle hochgekommen! Danke für deine Hilfe! Bald geht es auf Reisen! Bringe Räder an! Benutze Cocktail-Strohhalme! Und bedecke sie mit Schaumgummi! Und lege Schaumgummi darüber! Mehr Aufkleber! Auf geht's! Danke, Lalilu! Schatz, willst du mit mir in den Urlaub fahren? Klar! Ich freu mich so! Aber es gibt nur zwei Tickets! Sorry, Sis! Es ist nur für uns zwei! Zeit zum Packen! Toll! Das passt alles rein! Okay, meine Lieblingsoutfits! Er geht nicht zu! Und die Reisepässe! Das ist nicht gut! Wir haben die Medikamente vergessen! Ich muss Mama rufen! Ist niemand da? Das brauchen wir alles nicht! Bingo hat sich im Koffer versteckt! Wir sind spät dran! Let's go! Wir haben es geschafft! Greg, warum so langsam? Der Koffer ist so schwer! Hier sind unsere Tickets! Es ist wunderschön hier! Nur das Beste für dich! Prost! Bewegt sich der Koffer etwa? Was ist das? Da kommt jemand raus! Was ist hier los? Ich bin's nur! Was für ein Treffen! Schatz, ich hab eine Überraschung für dich! Willst du mich heiraten? Oh, klar will ich! Oh, so ein süßes Paar! Wähle einen Stoff aus! Schneide Quadrate aus! Legge sie paarweise zusammen! Wicke sie in eine Decke! Vier entzückende Neugeborene! Es ist Essenszeit für die Babys! Kommt schon! Louis ist jetzt deine Mom! Hier sind deine Kinder! Oh, wie schön! Wir müssen sie wiegen! Es ist alles in Ordnung! Es ist toll, Kinder zu haben! Greg und Bingo sind angekommen! Darf ich? Das ist für dich, Schatz! Oh, so viele süße Babys! Meine Babys! Ich will auch eins halten! Ihr Kleine! Ich kümmere mich um euch! Sie macht das toll! Und die anderen! Es ist toll, eine Tante zu sein! Die Kleinen werden definitiv nicht allein sein! Was ist das? Ein Storch? Louis, ich habe eine kleine Schwester für dich! Heilige Molly! Ich muss irgendwo sein! Wow, direkt in die Werkstatt! Trenne den Boden ab! Bearbeite ihn mit einer Bürste! Befestige eine Schlaufe! Bedecke die Kanten! Spielzeug herumzutragen ist viel einfacher, wenn du eine Schubkarre hast! Ich muss die Spielsachen abholen! Lass uns aufräumen! Hey, was machst du da? Ich bin bereit zu spielen! Der Hütte ist lieber geholfen! Bingo! Los geht's! Oh oh, ein Unfall! Du kommst wohl nicht um ihn jetzt aufzuräumen, was? Ich kann dir helfen! Putzen kann eine lustige Erfahrung sein! Wow, Süßigkeiten! Mal sie blau an! Wir brauchen ein Einmachglas! Nimm den Ring ab! Eine VR-Brille für die virtuelle Realität! Machen wir die Probe aufs Exempel! Wie wär's mit ein paar Videospielen? Oh, schau! Eine Kamera! Film mich! Ich bin ein Kameramann! Ein Laptop! Lass uns tippen! Mehr Blätter! Es regnet Papier! Was ist das für ein Ding? Lass es uns ausprobieren! Zieh sie an! Das ist ganz anders! Was ist das? Bin ich ein Mensch? Eine andere Welt sorgt die Schwestern ein! Lass uns eine Puppe aussuchen! Richte dich ein! Der Farbton muss retuschiert werden! Viel Blau! Füge Ohren hinzu! Ein süßes T-Shirt und ein Jumpsuit! Bereit ihn anzuprobieren? Male eine Pfote an! Klebe die Haarnadel auf! Louis hatte ein süßes Mädchen-Makeover! Wo bin ich? Es liegt an der VR-Brille! Bingo hüpft auf den Tisch! Die Menschen laufen nicht auf Tischen! Und was machen sie dann? Setz dich auf Stühle! Essen! Wir sind doch Menschen! Jetzt essen wir Müsli! Haut rein! Willkommen in der Welt der Menschen! Nimm etwas Schaumpapier! Schneide ein Stück aus! Zeichne Augen! Und eine gelbe Schnauze! Befestige den Schwanz! Bauer einen Drahtrahmen zusammen! Lass den Drachen steigen! Bingo, ich wünsche dir viel Spaß! Juhu! Sonne! Das Wetter ist großartig! Wo ist mein Drachen? Komm schon! Greif nach den Wolken! Ich treibe! Hilf mir! Oh Mist! Wie kriegen wir es zurück? Viel zu hoch! Wir kommen nicht ran! Baby, was ist das Problem? Mein Spielzeug steckt fest! Die große Schwester kommt zur Rettung! Wir brauchen glitzerndes Schaumpapier! Schneide Stücke aus! Klebe sie an den Seiten fest! Benutze eine Lochzange! Der Schmetterling ist fertig! Schließe die Schminktasche! Das ist ein niedliches Schminkset! Juhu! Schwesterchen hat eine Menge faszinierender Sachen! Was ist das? Eine Schminktasche? Ich werde mich schminken! Sehe ich süß aus? Bingo, was machst du da? Ich habe mein Bestes gegeben! Lass mich dir helfen! So machst du es! Voila! Jetzt sind wir beide hübsch! Beide Mädchen sehen umwerfend aus! Male Punkte! Setze eine Kappe auf! Bringe falsche Haarverlängerungen an! Sollen wir unsere Haare stylen? Mach Ohren aus Schaumpapier! Klebe sie auf! Bereite etwas Stoff vor! Nähe ein T-Shirt! Probiere es an! Sieht gut aus! Ziehen wir den Rock enger! Ein süßes Kleid! Blueys Eigentum! Die blaue Farbe wird es aufpeppen! Fügen wir eine Schürze hinzu! Bluey ist ganz erwachsen! Das ist ein toller Park! Ich werde mich erst einmal entspannen! Wer schreibt mir eine SMS? Es ist niemand da! Mein! Meine Handtasche wurde gestohlen! Du kriegst mich nicht! Was tust du? Ich brauche nur eine Minute! Meine Handtasche! Alles in Ordnung! Dein Kuss hat mich umgehauen! Das ist süß! Du kannst buchstäblich miterleben, wie Gefühle geweckt werden, während wir sprechen! Nimm eine herzförmige Schachtel und lass sie einige Zeit trocknen! Yum-yum! Verpacke sie in eine Schachtel! Ein süßes Valentinsgeschenk! Der Valentinstag steht vor der Tür! Ich würde Cat Noir gerne aufmuntern! Ich werde ein süßes Valentinsgeschenk für ihn machen! Mit Schokolade! Bist du bereit zu spielen? Nur eine Runde! Ich werde zuerst das Geschenk machen! Nun gut, lass uns weitermachen! Packe es in eine Kiste! Ich hoffe, es gefällt ihm! Süßigkeiten! Hier kommen sie! Schätzchen, eine Überraschung! Was ist da drin? Bingo! Die Beweise sind solide! Ich schulde dir ein neues Geschenk! Lass uns einen Blumenstrauß basteln! Schmelze die Ränder an allen Teilen! Wickele die Knospe in Blütenblätter ein! Füge Dekorationen hinzu! Der Hochzeitsstrauß ist fertig! Bitte sehr, Bluey! Wow, ich liebe diese Schattierungen! Es geht los! Nimmst du Bluey zu deiner rechtmäßig angetrauten Frau? Ich erkläre euch zu Mann und Frau! Herzlichen Glückwunsch! Werfe den Brautstrauß! Bist du bereit? Hier kommt er! Juhu, ich hab ihn! Ich war die Erste! Ich muss ein paar Dinge klären! Mädchen kämpft nicht! Rosen für euch! Hm, das riecht göttlich! Alle sind glücklich! Ist es an der Zeit, das alte Zeug zu entfernen? Ich bin jetzt erwachsen! Ich spiele nicht mehr mit Spielzeug! Das Experiment war ein Flop! Der Trank hat nicht funktioniert! Was für ein Wunder! Lass uns die Kleinen in die Werkstatt bringen! Misch die Farbtöne! Pinsel drüber! Was ist mit dem Outfit? Voila! Super! Und hier ist dein Amulett! Heißen wir Baby Hoppy Hopscotch willkommen! Was ist da oben? Bruder, komm raus! Wuhu! Los geht's! Willst du mitfahren? Fang mich, wenn du kannst! Nicht so schnell! Bist du schon müde? Ja! So bezaubernde Kinder! Schau, eine Rakete! Wow, da will ich auch hin! Hallo, meine Kleine! Kommentiere unten, wer deiner Meinung nach Hoppy entführt hat! Sissi! Nicht meinen, Schätzchen! Komm mit uns! Nimm einen Behälter! Bedecke ihn mit Polstern! Bereite die Farben vor! Wie leuchtend! Schneide sie mit einer Schere aus! Die Kinder werden es lieben! Lasst uns einen Blick in den Kindergarten werfen! Wer ist das? Ein neues Gesicht! Wir sehen uns am Abend! Lasst uns Freunde sein! Sollen wir spielen? Du kannst mich nicht fangen! Du kannst mich nicht fangen! Oh, warte mal! So ein Lebendiger! Ball! Stopp! Du stellst noch alles auf den Kopf! Ah, ich habe eine Idee! Kinder, wollt ihr springen? Wow! Lass mal sehen! Wir wollen auch springen! Ja, fantastisch! Wer kann höher springen? Lass uns ein paar Minuten Pause machen! Zeit, erwachsen zu werden! Malilu-Magie! Befestige ein paar Strähnen! Zeichne ein paar Sommersprossen auf! Toll gemacht! Nimm das Gummiband! Nähe einen Rock! Ziehe Turnschuhe an! Füge ein Blitzsymbol hinzu! Danke, Lali-Lu! Hier ist es! Ab in die Schule! Hallo! Ich bin Hoppy! Und ich bin Bobby! Können wir Freunde sein? Hey, ihr Hübschen! Süßer! Er gehört mir! Er gehört mir! Ich hole mir eine Cola! Ich werde ihm einen Valentinsgruß zustecken! Lasst uns das nehmen! Gut, dass er es nicht gesehen hat! Hoppy? Das ist für dich! Yummy! Was? Aber ich habe ihn zuerst bemerkt! Er gehört mir! Nein, mir! Lass ihn los! Niemals! Genug! Da bist du ja! Liebling, ich habe dich gesucht! Sollen wir gehen? Lass uns gehen! Er hat eine Freundin! Das ist aber schade! Nicht weinen! Lass uns nicht mehr streiten! Einverstanden? Wir sind von nun an für immer Freundinnen! Schüttel die Kugeln aus! Schneide ihn vorsichtig in zwei Hälften! Nimm ein paar Strohhalme! Mache einen Rahmen! Perfekt! Nimm ein paar Tischtennisbälle! In gelb sieht er noch besser aus! Wünschen wir den Kindern eine gute Zeit! Gefunden! Und deshalb? Oh nein! Wem gehört der Ball? Es ist meiner! Poppy Hopscotch, komm herauf! Verzeih mir! Ich wollte das nicht! Coach! Wir brauchen Spieler wie dich! Triff das Team! Hallo! Wann trainieren wir? Jetzt sofort! Fertig! Hast du den Plan? Fertig! Anstoß! Ups! Der nächste! Darf ich mal? Leg los, Poppy! Gut gemacht! Wahnsinn! Poppy, du bist die Beste! Schneide das Netz aus! Klebe etwas Schornpapier auf! Baue einen Motor ein! Bereite Löffel vor! Bringe einen Edelstein an! Dieses Boot könnte jemandem das Leben retten! Ich bin dein Camp-Ratgeber! Hört mir zu! Verstanden? Folgt mir! Sollen wir rennen? Hm! Was ist das für ein Geräusch? Bleib nicht zurück! Wer ist da? Hilfe! Ich versinke! Hilfe! 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 Oh! Warte! Ich komme ja schon! Gib mir deine Hand! Fast geschafft! Catnap ist gerettet! Brrrr! Ist das kalt! Hier, nimm das! Danke, Poppy! Du bist bezaubernd! Zeit, erwachsen zu werden! Bereite den Stoff vor! Nähe ein paar Leggings! Probiere sie an! Was ist mit dem Gürtel? Finde einen, der passt! Der passt perfekt! Wähle einen Kreisel aus! Zeichne einen Blitz! Lasst uns die Schuhe wechseln! Trage Make-up auf! Betone die Zähne! Gefällt dir das? Hm, was ist mit der Frisur? Keine Panik! Hoppy Hopscotch ist jetzt erwachsen! Sollen wir sie besuchen? Ein Brief! Wahrscheinlich von der Universität! Ich wurde in Harvard angenommen! Wow! Süße, herzlichen Glückwunsch! Du musst jetzt gehen! Der Flug ist schon bald! Ich werde dich vermissen! Und ich werde dich auch vermissen, mein Schatz! Wir werden uns bald wiedersehen! Ich warte auf dich! Oh! Ich wünsche dir einen guten Flug! Tschüss! Oh, Catnap! Oh, Hoppy! Es ist so traurig ohne ihn! Nicht weinen! Die Zeit wird wie im Flug vergehen! Lasst uns die richtige Tasche finden! Schnapp dir einen Pinsel! Trage einen Druck auf! Ein Kissen aus Modelliermasse! Klebe einen Edelstein drauf! Was wird Catnap sagen? Hoppy hat den ersten Platz belegt! Danke! Lasst uns die Fußball-Trophäe überreichen! Gut gemacht! Können wir ein Titelfoto machen? Ich bin so glücklich! Ich vermisse nur Catnap! Ich werde ihn überraschen! Wir sehen uns bald! Mein Schatz, ich komme zu dir! Endlich! Rate mal wer! Hoppy, wie kommst du denn hierher? Mit dem Auto! Ich liebe dich! Willst du mich heiraten? Hoppy! Na klar! Ich bin so glücklich! Ich auch! Klopf, klopf! Darf ich reinkommen? Wir brauchen eine Schachtel! Roll den Teig aus! Füge das Gemüse hinzu! Nimm etwas Modelliermasse! Forme die Möhren! Hoppy wird es lieben! Hier bitte, Hoppy! Möchte jemand Pizza? Und hier ist Catnaps Nachbar! Ich werde heiraten! Ich werde heiraten! Wirklich? Herzlichen Glückwunsch! Sieh dir diesen Ring an! Hallo! Wir sehen uns so ähnlich! Hm, du hast ein bekanntes Gesicht! Woher kommst du? Wir haben dieselben Ohren! Und der Blitz! Könntest du mein Bruder sein? Schwester! Was? Bedient euch! Äh! Mit Karotten! Mein Favorit! Was für ein Wiedersehen! Bring den Werkzeugtisch mit! Nähe den Stoff! Füge Tüll hinzu! Nimm etwas Glitzerpapier! Mach den Gürtel! Jetzt nehmen wir Modelliermasse! Bastle eine Karotte! Stelle einen Blumenstrauß zusammen! Wickele ihn in Papier ein! Ein Blumenstrauß für eine besondere Braut! Für mich? Wunderbar! Halte ihn! Das sieht unglaublich aus! Du siehst wunderschön aus! Wollt ihr für immer zusammen sein? Ja! Jetzt sind wir verheiratet! Ich liebe dich! Herzlichen Glückwunsch! Ich werfe den Strauß! Sind alle bereit? Ich habe ihn gefangen! Schau, Happy! Oh, cool! Wann findet die nächste Hochzeit statt? Lasst uns etwas Modelliermasse nehmen! Forme ein Lächeln! Befestige den Kopf! Male ihn schwarz an! Male den Bauch an! Wer will mit Bobby spielen? Pache ihn in eine Schachtel! Fülle sie mit anderen Tieren! Schreib in die Kommentare, welches dein Lieblingsspielzeug ist! Wem gehört diese Kiste? Zieht jemand um? Lass mich helfen! Danke! Du hast etwas vergessen! Du kommst doch zurück, oder? Sieht nicht so aus! Was ist hier drin? Ich werde dich mitnehmen! Wir sind da! Lass uns uns verbinden! Wer ist das? Lass uns versuchen, dich zum Leben zu erwecken! Der letzte Schliff! Die Verwandlung beginnt! Nimm die Puppe! Wähle eine Farbe aus! Das ist nicht richtig! Fast gefunden! Perfekt! Schnapp dir Bleistifte! Zeichne den Umriss! Mache ein Auge! Probiere die Ohren an! Ein näglicher Bär! Wünsch ihr Glück! Wie geht's dir, Bobby Bärhack? Das werden wir nicht mehr brauchen! Ma! Ma! Du bist so süß! Kommt zu mir! Meine Kleine! Der Kindergarten ist voll von kleinen Kindern! Es wird dir gefallen! Sei ein braves Mädchen! Ja, Mama! Hallo alle zusammen! Lasst uns Freunde sein! Ich liebe Umarmungen! Wollen wir uns umarmen? Nein! Nein! Warum nicht? Nicht weinen! Umarmung! Freunde! Hat die kleine Bobby Bärhack einen neuen Freund? Wir nehmen ein goldenes Schirmpapier! Klebe ein Herz auf! Füge eine kleine Schleife hinzu! Packe es in ein Glas! Ich brauche ein Geschenk für Bobby! Hier, bitte sehr! Danke! Hoppy Hopscotch fliegt weg! Fünf Minuten bis zum Abflug! Nehmt eure Plätze im Flugzeug ein! Kannst du dich beeilen? Wir schaffen es vielleicht nicht! Freunde für immer! Ich habe eine Valentinskarte für dich! Ich habe auch ein Geschenk für dich! Schau! Als Erinnerung an mich! Was für eine tolle Idee! Lass uns uns umarmen! Auf Wiedersehen! Lass uns nachsehen! Naja, er ist weggeflogen! Sei nicht traurig, Kleines! Es wird schon alles klappen! Zeit, erwachsen zu werden! Hallo! Sollen wir die Frisur ändern? Würste sie vorsichtig! Fische die Augenbrauen ab! Wähle eine Augenfarbe aus! Nimm Samt! Probiere den Rock an! Dekoriere ihn mit Spitze! Flechte eine Schleife ein! Bobby Bearhack ist erwachsen geworden! Mein Talisman! Erinnerst du dich noch an Hoppy Hop, Scotch? Es ist Valentinstag in der Schule! Hallo! Hallo! Willst du ins Kino gehen? Los geht's! Bobby Bearhack! Das ist für dich! Es gibt so viele von euch! Sieh dir all deine Bewunderer an! Ist das alles für mich? Aber nur, es gibt keine Valentinskarte von meinem Freund! Ein ganzes Bündel von Valentinskarten! Was ist das? Kann das sein? Von Hoppy Hop, Scotch! Oh! Es ist wirklich von ihm! Lass uns eine Trinkgeldkasse machen! Bereite Materialien und Werkzeuge vor! Klebe etwas Plastik auf! Füge einen Aufkleber hinzu! Nimm etwas Scharnpapier! Schneide ein Plättchen aus! Packe einen Schokoriegel ein! Aber für wen ist diese Tippbox? Wer braucht schon Liebesratschläge? Lass uns gehen! Ja, ich komme! Hallo! Wie kann ich helfen? Ich helfe im Tausch gegen einen Schokoriegel! Blödsinn! Das war's! Jetzt ist sie verärgert! Streitet euch nicht, Leute! Er liebt dich! Wirklich? Sie wartet! Auf mich? Auf jeden Fall! Verzeih mir! Und du vergibst mir! Ich hab's geschafft! Und sie haben sich versöhnt! Ich bezahle in Schokolade! So viel Schokolade! Ich zuerst! Nein, ich! Was ist das? Hilf mir! Spuck's schon aus! Ich vermisse ihn! Hat Kissy Missy ein Problem? Wir haben gekämpft! Mein Herz ist gebrochen! Dieser Fall ist dringend! Schließ deine Augen! Ich habe eine Überraschung für dich! Huggy Wuggy! Du bist da! Tschüss! So viele Leckereien! Wow! Das ist sehr großzügig! Du hast es verdient! Bobby Bearhack ist erwachsen geworden! Hallo zusammen! Wähle einen Ärmel aus! Nimm ein Herz! Bereite die Schablone vor! Probiere das Korsett an! Vervollständige es mit einem Rock! Finde ein paar Kniestrümpfe! Die Ärmel passen! Haben wir etwas vergessen? Dekoriere es mit Ohren! Male die Lippen an! Atemberaubender Bobby Bearhack! Danke, Lalilu! Schauen wir uns das Café an! Zeit zu arbeiten! Du irrst dich! Nein, das tust du! Ich bin beleidigt! Sie hatten einen Streit! Ich muss ihnen helfen, es wieder gut zu machen! Ich habe eine Idee! Hier! Warum? Vertrau mir! Das ist für dich! Danke! Ich liebe dich! Es hat geklappt! Wir haben uns getrennt! Oh nein! Ist es für mich? Für dich! Keine Zeit zum traurig sein! In der Tat! Er guckt schon wieder! Sie ist schön! Redest du von mir? Ich muss ihnen helfen! Zeit zu gehen! Sie geht weg! Aha! Ich habe dich erwischt! Du bist mein Held! Hurra! Es hat geklappt! Lasst uns eine Rose nehmen! Bereite die Materialien vor! Sänge die Spitze ab! Drehe sie zu einer Spirale! Mache ein Blütenblatt! Wähle Farbe aus! Geschafft! Ein perfektes Geschenk! Wer wird der oder die Glückliche sein? Was für ein toller Tag! Um jemanden glücklich zu machen! Das ist für dich! Wie süß! Was für ein schönes Paar! Lass uns weitermachen! Nimm die! Sie haben sich verteilt! Wo kommt das denn her? Bist du das Hoppy? Ja! Schau! Erinnerst du dich an mich? Bobby Bear Hug? Unglaublich! Was für ein Wiedersehen! Lass uns ein Herz nehmen! Schrumpfe es ein! Schneide es aus Samt aus! Füge einen Ring hinzu! Binde es mit einer Schleife zusammen! Ein romantisches Geschenk! Steht ein Heiratsantrag an? Der Bote ist da! Lass uns das Päckchen aushändigen! Ja, okay! Los geht's! Hallo zusammen! Willst du ein Eis? Ich würde nicht Nein sagen! Mh, lecker! Ich freue mich so, dich kennenzulernen! Ich auch! Setzen wir uns zum Essen hin! So viele Leckereien! Das hast du gut gemacht! Das ist noch nicht alles! Ich bin neugierig! Dreh dich um! Oh, Liebling! Lass mal sehen! Genau das, was ich wollte! Ich liebe dich! Und ich liebe dich! Glückwunsch! Schätzchen! Ich habe ein Geschenk für dich! Was ist das? Heirate mich! Das werde ich! Ich bin so glücklich! Ich auch! Jetzt werden wir heiraten! Schöne Paare! Ich brauche ein Kleid! Sie werden den Saum nähen! Es ist toll geworden! Oh, wow! Ziehen wir den Rock an! Dekoriere ihn mit einer Schleife! Schneide ein Herz aus! Hallo! Hallo! Wie sehe ich aus? Umwerfend! Bravo! Lalilu! Bobby Bearhack ist eine Braut! Hobby Hopscotch wird begeistert sein! Du bist wunderschön! Die Feier hat begonnen! Seid ihr damit einverstanden, für immer zusammen zu sein? Wir schon! Schön! Schwörst du treu zu sein? Ich schwöre es! Ich schwöre es! Ihr dürft euch küssen! Herzlichen Glückwunsch! Zeit, den Strauß zu werfen! Seid ihr bereit? Ja, ja! Ich, ich! Fang! Glückwunsch! Schau dir das an! Ich bin die Nächste! Wann ist die Haarzeit? Schau dir was? Schau dir das an!